Mein Schatz, jetzt nur noch schnell Haare waschen. Ich mag keine Haare waschen. Aber das ist doch nicht so schlimm, es ist doch nur Wasser. Ich mag keine Haare waschen. Stell dich doch nicht so an, ich bin doch ganz vorsichtig. Ich mag keine Haare waschen. Na gut, dann eben nicht. Aber dann putzt du jetzt wenigstens noch schnell die Zähne, ja? Ich mag keine Zähne putzen. Na gut, wie du magst. Dann eben nicht. Ich kann dich ja schließlich nicht zwingen. Nicht wahr? Mama? Ja? Hast du mir ein Brot eingefasst? Ja, das habe ich dir in den Schulranzen getan. Mit extra viel Schokolade, wie immer. Und jetzt beeil dich, sonst kommst du zu spät in die Schule. Ich mag einfach nicht in die Schule. Na gut. Wie du magst. Dann eben nicht. Könnte ich ja schließlich nicht zwingen. Ja. Ich mag mich nicht. Vielen Dank.